Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Mit etwas über einer Milliarde Euro ist der vorliegende Einzelplan 06 des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur zwar wesentlich kleiner als der Bildungshaushalt, aber deswegen auch nicht weniger bedeutsam. Wir werden gleich wieder erleben, dass die Redner der Koalitionsfraktionen, mussten Sie lange nachdenken für den Satz, dass die Redner der Koalitionsfraktionen Lobeshymden auf Ministerin Schüle anstimmen werden. Wir werden hören, dass Brandenburg als Standort für Wissenschaft, Forschung und Kultur hervorragend durch die Corona-Krise gekommen sei. Wir werden hören, wie zukunftsorientiert und verantwortungsvoll dieser Einzelplan zusammengesetzt wurde. Und wir werden hören, welche großartigen Leuchtturmprojekte auch im kommenden Jahr weiterfinanziert werden. Selbstverständlich uneigennützig und zum Wohl der Brandenburger. Was wir nicht hören werden, ist, welche sinnfreien Programme weiterfinanziert werden, in welchen Bereichen keine Änderung erfolgt und wer gänzlich leer ausgehen wird. Das würde nämlich überhaupt nicht ins Konzept Ihrer Selbstbeweigerung passen. Ich will mal auf einige Punkte eingehen. Stichwort Steuergeldverschwendung. Das tritt vor allem überall dort zu Tage, wo es um die Finanzierung von ideologisch angehauchten Projekten geht. Musterbeispiel hier das Projekt der Uni Potsdam, das seit 2016 jedes Jahr üppig gefördert wird, das sogenannte Refugee-Teachers-Programm. Da soll es ja darum gehen, geflüchtete Lehrer vorzubilden, um sie anschließend an Brandenburger Schulen zu vermitteln. Im kommenden Jahr soll eine weitere halbe Million in dieses Programm gepumpt werden, obwohl es seine Versprechen eben nicht eingelöst hat und grandios gescheitert ist. Was mittlerweile, müssen das alle verstanden haben, bis auf Sie von der SPD, CDU und den Grünen. Wenn von über 100 Absolventen in fünf Jahren nur vier davon tatsächlich als Lehrer eingestellt wurden, dann können Sie noch so oft vom Brandenburger Exportschlager oder von einer Win-Win-Situation fabulieren. Es wird dadurch weder wahrer noch besser. Wer geht leer aus? Zum Beispiel diejenigen Brandenburger, die sich in Bürgerinitiativen um die Bewahrung unseres kulturellen und baukulturellen Erbes einsetzen. Dieses bürgerschaftliche Engagement ist Ihnen exakt null Euro an Unterstützung wert. Wir hatten einen Änderungsantrag vorgelegt, Sie haben ihn abgelehnt. Oder die weiterhin angespannte Personalsituation im brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege. Da wird ja seit Jahren rumlaboriert. Auch die bleibt weiterhin ungelöst. Die Mitarbeiter dort arbeiten nun schon seit Jahren im Notbetrieb. Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, weshalb das Ministerium diese Bedingungen weiter zulässt. Wir hatten auch hierzu einen Änderungsantrag vorgelegt, Sie haben ihn abgelehnt. Ihr Herz schlägt auch nicht für die Ehrenamtler, Beispiel ehrenamtliche Geschichtsarbeit. Sie hatten sich in einem eigenen Landtagsbeschluss vollmundig dazu bekannt, die Denkmal- und Bodendenkmalpfleger, Heimatforscher und Ortschronisten zu würdigen, indem Sie ihnen einen Ansprechpartner zur Verfügung stellen, um die Vernetzung voranzutreiben. Ihre Wertschätzung sollte auch durch eine angemessene finanzielle Unterstützung zum Ausdruck gebracht werden. Große Reden wurden da geschwungen. Außer Unterstützung vorzuheucheln tun Sie nichts und lassen auch diese Menschen im Regen stehen. Auch hierzu hatten wir einen Änderungsantrag vorgelegt. Der wurde völlig überraschend abgelehnt. Und das mit Abstand größte Versagen erleben wir gegenwärtig ausgerechnet bei dem für die Zukunft so wichtigen Feld der Gewinnung von Fachkräften im Gesundheitsbereich. Meine Damen und Herren, das, was Sie im Fall der Fakultät für Gesundheitswissenschaften abziehen, ist an Dreistigkeit und Kaltschnäuzigkeit nicht zu überbieten. Erst vor wenigen Jahren wurde dieses bundesweit einmalige Projekt aus der Taufe gehoben und von den Beteiligten mit viel Hingabe aufgebaut. Sie haben dieses Projekt erst mit Lobpreis überhäuft und jetzt reißen Sie es ohne Not wieder ein. Vielleicht hatte jemand von Ihnen Gelegenheit, der gespenstischen Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur vor einer Woche beizuwohnen. Vier hochkarätige Professoren waren als Gäste zugeschaltet. Und die baten das Ministerium inständig darum, die Finanzmittel nicht um die Hälfte einzudampfen, weil die Fakultät in diesem Fall nicht überleben wird. Die Reaktion des Staatssekretärs, er empörte sich über die Kritik und schulmeisterte die anwesenden Experten wie unartige Kinder. Ich muss sagen, ich war über den Ton überrascht. Sachliche Kritik wird im Ministerium nämlich gleichgesetzt mit Majestätsbeleidigung. Das haben Sie Ihre Gesprächspartner mehr als deutlich spüren lassen. Und auf die Sorge vor einem baldigen Aus der Fakultät erklärte Staatssekretär Düno milde lächelnd, die Frau Ministerin und er selbst wollten die Fakultät ja gar nicht aktiv rückabwickeln, nur eben die Gelder entziehen, sodass dem Projekt eben auf diese Weise der Todesstoß versetzt wird. Dieser Vorgang wird sich natürlich bundesweit herumsprechen. Ergebnis ein schwerer Schaden für den Gesundheitsstandort Brandenburg. Und dadurch, dass Sie die Mittelkürzung für die Fakultät danach noch im Einzelplan unter dem Stichwort innovative Maßnahmen im Hochschulbereich ausweisen, legen Sie einen Zynismus an den Tag, der atemberaubend ist. Wenn Sie mit einer ebenso selbstgerechten Haltung auch den Aufbau der Universitätsmedizin Cottbus herangehen, dann sehe ich jetzt schon schwarz für das Innovationszentrum. Aus all diesen Gründen werden wir den Einzelplan 06 aus voller Überzeugung ablehnen. Vielen Dank.